hallo mein name ist torsten hebbeler und ich freue mich euch auch diese woche wieder begrüßen zu dürfen in der letzten woche habe ich mit meinem kleinen videobeitrag 11602 menschen erreicht wo von 3038 menschen 3040 menschen sich dieses video angeschaut haben ganz herzlichen dank sollte es irgendwelche anregungen geben bitte eine persönliche nachricht vielleicht ein themenvorschlag zu dem ich recherchieren kann und hier vielleicht den einen oder anderen tipp loswerden kann ich freue mich dankeschön wer mich kennt weiß dass ich viel mit kapitalanlegern zu tun hatte und zu tun habe ich habe diese woche wieder ein neues projekt hinein genommen ein betreutes wohnen in oldenburg umstädte super lage richtig schönes objekt super vermietet die tam ist total nett gewesen hat mich reingelassen hat mich fotos machen lassen ich stelle hier nach noch einmal ein kleines video beziehungsweise ein kleines porträt zusammen poste ich hier nach gleich noch einmal könnte gerne einmal reinschauen für den anleger gar nicht so blöd das sind 4,7 prozent brutto rendite da kann ich als anleger einfach nichts verkehrt machen ja okay einfach mal schauen nachdem ich nun für die finanzierenden banken alle unterlagen zusammengestellt habe und alles soweit bestätigt wurde ist nun am montag das einfamilienhaus in sandkrug beurkundet wurden und am dienstag die doppelhaushälfte in kirch hatten hat alles super geklappt kunden sind sehr zufrieden ich freue mich und bin natürlich weiter auf der suche nach neuen geeigneten objekten die ich meinen kunden anbieten kann wo ich meinen service den eigentümern anbieten kann und das dann auch schnell zügig und zuverlässig vor allen dingen zum abschluss bringen nachdem ich nun meine 50 prozentige förderungs zusage durch den landkreis oldenburg bekommen habe lasse ich jetzt am dienstag durch die ihk im kreishaus wildeshausen meine website die wirklich nicht so toll ist auf den prüfstand stellen damit die nächste website die ich jetzt gerade in auftrag gegeben habe dann auch besser wird ich lasse mich dort einmal beraten die nehmen sich dort tatsächlich eine dreiviertelstunde für mich zeit um mein kleines unternehmen im internet etwas weiter nach vorne zu bringen ich finde das ganz toll lässt mich wieder darauf hinweisen ich habe hier oben noch mal einen link gepostet am 18 10 2017 sind die jungs und die damen entschuldigung auch in delmenhorst am 21 11 in glockenburg und am 12 12 in brake das ist alles nicht so weit weg da kann man hinfahren da kann man sich noch einmal beraten lassen und soviel ich das gesehen habe gerade im netz sind dort auch noch plätze frei der link wie gesagt über diesen kleinen beitrag schnell darauf zugreifen das sind kompetente menschen die einem da richtig gut weiterhelfen können heute abend am 20 8 um 20 uhr lädt die gemeinde noch einmal zur bürgerversammlung ein es geht um die historischen gaststätten hier in sandkug und den ausgeliebten bildungsplan und es geht um die kräutungsbereich an der astroberstraße ich hoffe auf einen informativen abend denn das betrifft die zukunft unseres schönen ortes hier und ich denke ist es interessant wie jedermann da einmal hinzukommen und sich das einfach mal aus direkter quelle anzuhören mein name ist immer noch torsten hebbeler ich wünsche allen eine schöne woche und hoffe auch nächste woche wieder ein zwei interessante berichte abliefern zu können ja bis dahin tschüss bis dahin tschüss